moin leute herzlich willkommen hier zurück zu einer runde sub distance ja 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 es ist soweit ich möchte gerne noch ein bisschen sub distance machen wir wollen gleich noch bauen ich weiß aber immer noch nicht wie ne aber wir gehen mal eben ins wasser gucken ob da irgendwann noch los ist noch kommen wir rein irgendwie scheint hier nichts los zu sein denn es wird auch glaube ich bald schon wieder dunkel lassen wir mal eben kurz darüber schwimmen wieso ich da endlich immer so ein strich im bild woher ist auch wenn ich das spiel starte da fehlt was lass uns mal eben kurz drüber tickern da waren wir eben waren wenig ist ich weiß es nicht mehr ich habe im moment ein kopf in 7 das ist nicht normal habe ich sonst nie moment nicht der japan die österreich kopf wie gut zu haben ist auf jeden fall auch noch zu morgen kommen doch raus hier zum morgen bauen wir müssen ja auch morgen haben wir brauchen fuhrtea oh guck mal ne tasche sub distance was denn los hab ich dir was getan heute ja nimm mir mit danke oh für schrotze das ist gut gehen wir mal der hackeball wenn wir gerade hier sind müssen gleich noch bauen noch mal ein bär der ist ja auch immer da der darf auch nicht fehlen doch aber der kann da erstmal nebenbleiben ne weil puh spiel ich brauch das für am lieb alles klar dann und zwar stück vorne noch dran okay hier sind wir aber schon länger nicht mehr lang gelaufen guck mal das wird schon wieder dunkel wir können schon wieder auf den rückweg bei uns machen das bringt nichts hier im dunkeln rum zu hampeln nehmen wir noch 2-3 stücke holz mit wir werden es hier brauchen weil wegen sicherheit und so nächsten tag schneit es bestimmt wieder ist das normal jedes mal wenn ich das spiel neu starte dass der schnee weg ist wisst ihr das ich bin mir echt nicht sicher cool ist das? ne ne ist nichts cool ist das? ne schön oh ne den Apfel müssen wir selber essen sonst hätte ich ja gesagt können wir schön für die Hühner unsere benutzen aber den müssen wir gleich mal selber uns einverleihen denn meine Werte sind echt nicht die besten im Moment komm den essen wir auch direkt bevor der schlecht wird so dann langsam zurück nützt ja nix bringt ja jetzt nix hier rum zu dümpeln wenn es schon wieder dunkel wird schick kram ich hab zu früh angemerkt ja das nehmen wir aber eben mit doch weil das können wir immer mal gebrauchen ne wer weiß was da drin ist oh danke schwimmen wir mal langsam nach dem Hof in da oh ich glaub da war ne Mupfel kann das sein ja zwei stück sogar die nehmen wir mit oh weh kriegen wir die auch noch jetzt Entschuldigung tut mir auch leid aber wie braucht die Max? das Zeug die Pelkis die Pelkis wir mit dem herstellen ne und die Pelkis die Pelkis ich hab nicht dunkel jetzt hier Schikram, Schikram. Ist das unser? Ne, will in die Falle, weh. Geh mal in Rindo. Kost nix mehr. Ich sehe in dem Mikro nix mehr. Ein kurzes Hürmchen. Level 10, da zacken wir ein. Ist hier noch was Level 10? Ne, ne. Danke. Ist der Stall jetzt leer, oder was? Oh, ein bisschen Futter haben sie noch. Ne, wir haben ja auch ordentlich Dünge. So, dann hierhin. Das können wir ihm töten. Schlachten. Da können wir das rein. Das läuft. Du kommst direkt noch da. In Sicherheit. Läuft der Laden. Guck mal, hier sind auch schon zwei drin. Wir haben kein Gemüse, ne. Das Gemüse ist im Moment echt mangelwache. Sagen wir, wie es ist. Ist hier was erntereif? Wahrscheinlich alles nur das, was wir nicht brauchen, ne. Mal Dünger rein. Kann schon mal Wasser noch kippen. Schick, oder? Schick, oder? Ich glaube, ich muss die Wand hier nochmal umsetzen. Dieses Ding hier. Dünger. Wir müssen Wasser holen, ne. Ähm. Da waren wir doch eben, oder? Ja. Was hier war's? Oh, es ist was erntereif. Sigi. Ein Saum raus. Direkt wieder Zeug rein. Den halbieren wir mal. Schickram, Schickram, ey. Dann geht ihm Zeug aus. Da haben wir eben. Was hier haben wir? Oh, was ist erntereif. Aber jetzt soll ich wieder die Jacke anziehen. Hm. Saum ziehen. Dann sind wir auch noch Saum drin, ne. Ja, komm mal. Ne, ne. Brauchen wir gar nicht. Wir nehmen den. Dünger rein. Was hier vor sind? Oh, guck mal. Moin Saum. Schmeißen wir da rein. Dünger rein. Läuft. Wir haben wieder ein bisschen was zu futtern. Wurde auch richtig, Titu. Komm, schmeißen wir da erst mal ein bisschen was von den Kühlschrauben, ne. Die müssen wir essen. Nutz nix. Hier müssen wir eben hin. Boah, da leingegang schon wieder, ne. Es ist zum Mäusemelken. Da ist nix dran, ne. Ich hab die auch, glaub ich, gar nicht wieder beködert, ne. Außer man wollte mir bauen. Ach, jetzt frie ich wieder, ne. Es ist zum Mäusemelken. Jetzt kannst du schon wieder ein Kittel anziehen. So, Abflug. Es ist kalt draußen. Das ist nicht gut. Heiliges Blech noch. Dann geht doch in die Falle. Oh, noch nie. Mäpp, man. Hast du gesehen, wie elegant ich die Jacke übergestellt hab? Oh, ist auch noch schlecht. Und täglich grüßt das Murmeltier, ne. Wir gehen hier hin. Wir schmeißen das noch da. Das läuft. Okay, wir gehen hier hin. Das kann noch da. Das kann jetzt noch da. 56 Bretter haben wir. Schon ein bisschen wenig, ne. Die muss ich gleich mal umstellen. Cool. Wir könnten eine Schrotze schon wieder herstellen. Gar nicht schlecht. Die können... Oh, wir haben genug. Oh, wir haben ein paar Peelen. Das ist gut. Federn haben wir schon mal hier eine ganze Menge. Das ist wichtig. Richtig, richtig, richtig. Der läuft im Moment gar nicht mehr. Das ist auch gut. Das läuft hier. Wenn ich hier rein... Wird dir das erlaubt. Machen wir einen Abkommen da. Achso, wir brauchen Wasser. Wir müssen ja gießen, ne. Pass mal auf, ey jetzt... Gieß ich die ganzen Beete. Und was ist das Ende von Lied? Dann regnet's. Ist immer so. Wasser. Wasser. Dünge. So, hier hinten war doch noch eins. Ziemlich am Ende, ne. Hier war das. Nö. Na komm, hau rein jetzt. Gehen wir ihm nochmal Wasser holen? Das ist halt. Ach, das ist mein Huhn. Ich bin grad Level 8, wa? Oh, die ist das denn für ein Zombie? Wolf. Und die ist das denn? Hier Wasser. Hier Wasser. Hier Wasser. Hier Wasser. Hier Wasser. Läuft. Wir müssen auch gleich mal ein Trinkerchen noch wieder machen, ne? Dann eben in meinen Stellen entfrisst mich aber auch. Wenn ich dann nicht genug Gemüse hab, du. Ja, hab ich grad schon gesagt. Hast nicht zugehört. Die frisst mir die Haare vom Kopf. Was haben wir, ähm... Ich muss vertrinken, muss ich, ne? Erstmal da noch zwei von. Nee, erstmal lieber noch eine. Restmal für die Hühner. Hier, für den Stall. Siehste? Warum hab ich denn noch Federn in der Tisch? Hab ich die nicht rausgegangen? Kannst auch nichts sein. Hier ist noch ein bisschen Biokraftstoff. Den können wir eben rüberbringen. Dass der auch voll wird. Weil wenn wir brauchen, brauchen wir, ne? So, das haben wir. Der fördert, ne? Hier im Holz reingeschmissen. Eigentlich wollte ich ja bauen, ne? Hab ich ja wieder richtig gut gemacht. Die zweite mal raus. Die stellen wir nämlich jetzt hier rein. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Die können wir nämlich in den Ofen ballern. Hieso, ne? Das läuft. Äh, Holz nachschmeißen. Dann würde ich sagen, legen wir das Holz aber erst noch weg. Für schlechte Zeiten. Wir gehen nämlich jetzt auf Tour. Wohlwegen. Sicher ist sicher. Wir müssen Mats ran besorgen. Ja, dann machen wir eben Türchen. Ist ja gerade hell, dann bietet sich das an. Vielleicht finde ich ja mal ein Level 10 Karnickel mal wieder. Das wäre ja echt Premium. Ja. Wir schauen nochmal ordentlich Holz. Im Winter bauen wir dann richtig aus. Ich sehe den aber so gut, ne? Da. Da, da, da. Da. Essential-Ini. Ja, scheiße gezielt, ne? Ja, Kollege. Wie ist es so mit abhängen? Sag mal. Oh, zweimal fett, ist gut. Oh, nee. Sagen wir, wie es ist. Ich hab schon wieder vergessen, auf M zu drücken, ne? Ich vergesse es, jedes Mal nachts M zu drücken. Wegen hier Nachbars will ich eben looky looky machen, weißt du? Aber ich vergesse es halt. Wir wollen aber, wenn es geht, heute da runter, weil da sind die Ätze am besten. Und Ätze brauchen wir wirklich richtig viel. Scheiße. Da ist ein Bär. Das war sowas von klar. Jetzt ist es natürlich guter Rad teuer, ne? Kriegen wir da hin? Scheiße, Fall gebrochen. Ja, wollt ihr mich verarschen, oder wann? Ist das hingehoppelt? Habt ihr das gesehen? Der Bär ist dahinter, ja, okay. Hat der das erwischt? Kannst du nicht sein, ne? Waschloch. Oh, das müssen wir mitnehmen. Hier war das so eben, ne? Und täglich grüßt das Momotier. Waschloch. Hey. Wir brauchen es einfach. Nicht weil wir es wollen, sondern... Jetzt müssen wir Hände waschen. Weil wegen, hier, sagen wir mal, Geweih und so, wegen Klebstoff. Oh, hier war ein Bär. Schick, wo war der denn? Habt ihr den gesehen? Oh, da oben. Müssen wir mal jetzt erst mal Hände waschen. Ist der immer noch hinter uns her? Ne, ne? Gut. Warte, ich bin schnarrig. Ich wundere mich, die ganze Zeit, warte ich so ein Krapfener. Ja, es ist leider jetzt eine Randfolge, aber wir müssen jetzt eben Hände waschen. Dann geht es mir wieder besser. Ich mag mich so, diese Infektionen. So, die sind nicht da, ne? Alles gut. Da ist meine Erzklopfstelle. Aber die Erze kommen natürlich da, wo ich nicht drankomme, ne? Er ist da hinten geblieben. Die nehmen wir mit. Die sammeln wir auch mal eben ein. Ich hab doch gerade was gesehen, was ich nicht gesehen habe, ne? Nichts, sondern mal ein. Ha! Guck mal! Hast du es gesehen hier? Zack! Ab in die Tasche! Brugvie! Komm, da hoch. Ne, mein kleines Kupfjord. Ne, ne? Guck mal! Guck mal! Alles einsam. Danke. Warum läufst du denn weiter? Ich glaube, wir müssen jetzt erst nach Hause. Schicki, fein, die Dietrich-Kiste. Das war gar nicht gut, ne? Jetzt müssen wir wieder einen Dietrich erstellen. Kostet wieder Geld. Ja, nicht Geld, sondern... Hier, sag mal. Jetzt kommt er wieder an. Den hab ich auch richtig drüber gewinnt. Ach ja. Es ist halt, wie es ist, ne? Oh, drei Steaks haben wir schon. Ist gut. Willst du noch so eine Morde mitnehmen für unsere Hühnchen? Weil wegen Sicherheit, ne? Sag mal, die hat war gar nicht so uncool. Seine Dietrich, gehst du an Nachmittag vertreibst, komm mal umsorgen, oder? Sag mal. Jetzt gehen wir Hähnchen waschen. Subdistance will auch, glaube ich, wieder was gut machen, ne? Irgendwas ist mit dem Spiel wieder falsch. Oder ist ja noch ein Wolf. Ja, nehmen wir auch gleich mit. Jetzt sind da zwei. Gehen wir ihm Hände waschen. Sicher ist sicher. Ja, normal rennt man nicht so viel, aber guck mal an die Nachbarn. Die alten Spießer da. Manchmal muss man halt mal sich bewegen. Sagen wir, wie es ist. Ich hätte gedacht, hier wären zwei. Da ist nur einer. Ach, da ist ein Metal. That's the way. Guck mal, direkt an der Hütte, ne? Pupsbierne. Nehmen wir den Wolf. Pupsbierne. Na? Wie ist die Lage da? Gut. Konntest du auch von mir aus liegen bleiben. Und so ist ja nicht, dass du jetzt hier extra ausstehen musst. Ding dir, ne? Schickere, ey. Wir haben ordentlich was eingehäumt hier. Puh. Guck mal, Marion. Das klappt jetzt alles, weh? Die Schiffe, ne? Wenn ihr zuguckt. Kann nicht mehr meckern. Hier ist Venni. Nö. Und so. Also mit Pfeil und Bogen da komme ich schon echt gut klar. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also klappt besser wie mit Schrott so manchmal. Ich bedenke am Anfang und jetzt. Wo läuft der noch denn? Haben wir was Gemüsiges mit? Ne, ne? Ja, okay. So gut war die Dietrich-Kiste auch nicht. Ich hab die Hunger. Ja, was? Dann gibt's gleich. So, dann sind die da alle reingegangen. Kannst du ja nicht sagen, ne? Habt ihr das gesehen? Ah, die Niedel von Scheiße. Ich hab hier noch Futter. Wasser gibt's gleich. Wir essen das Ei. Wir brauchen eben Metal und Kupfer für Dietrich, ne? Richtig? Ich weiß gar nicht mehr. Was ich da genommen habe? Metal. Kupfer. Kupfer. Die Waffenteile können wir doch gleich hinlassen, ey. Vier Waffenteile. Das ist gut. 24 haben wir jetzt. Da können wir gut mit arbeiten, ne? Sag mal. Ja. Haben wir gar keine Ströme mehr hier? Mach mal rein hier. Oh, wir haben echt gut Metall so langsam. Aber wir brauchen's auch. Müsst, glaub ich, wieder ein bisschen mehr Kupfer herstellen, ne? Sag mal, was brauchen wir denn für ein Dietrich? Wisst ihr das noch hier, Kollegahs? Dietrich. Äh, Holz. Und die Dinge. Alles klar. Bretter haben wir auf jeden Fall. Guck, Bretter. Und die. Holz Klau. Gehen wir hier hin. Mach mal Dietrich. Hier schon. Danke. Du bist ausgegangen, ne? Das ist gut. So, du kannst noch da. Du kannst da bleiben, ne? Mehr kommt da nicht rein, ne? Fünf Schrotze. Fünf. Ah. Boah. Guck mal, wie viel von Dämoni wir haben, ne? Hey, Marian. Der wird sich gewohl fühlen. Aber leider geht das nicht. Vollwegen. Weiß. Ist auch komisch, ne? Dass man im Singleplayer... Boah, vier sehen. Gucken mal. Können wir noch ein Seil erstellen? Korrekte Scheiße habe ich gar nicht gesehen. Das läuft hier. Hör mal ganz ehrlich. Das war nicht schlecht, du. Ich dachte, das wäre nicht so eine schöne Kiste gewesen. Aber die lohnt sich. Da haben wir auch 21 von. Drei Steaks. Schmeißen wir erst nach da, ne? Wann so nötig essen, wissen wir nicht. Die Leber kommt aber auch wohl. Machen wir erst nach da. Machen wir erst nach da. Dahin. Danke. Hier ist es vielleicht gleich. Wasser haben wir. Wir müssen auch Hühnchen noch wieder mit Wasser versorgen, ne? Das ist ganz wichtig. Hier können wir wieder Biokraftstoff herstellen. Guck mal, 16 haben wir noch. Das läuft hier. Aber kannst du auch nie... Ja, in meinen Augen nie genug von haben. Guck mal, hier ist es nämlich fast leer. Bleiben noch fünf über. Lösen meine Kanikkels hier weg. Wo sieht die hin? Level eins. Wo ist das Huhn da hinten? Level sieben. Und was bist du? Level neun. Ganz klar. Haben wir. Schickaummittel. Das haben wir. Das kann hier auch raus. Wir gehen hier hin. Heilige Hilfe. Du kannst noch da. Du kommst hier hin. Können wir nicht direkt hier noch so einen Eisenbarren herstellen, ne? Herstellen. Gut. Dann haben wir da auch wieder was von. Du kannst jetzt hier zurück. Das läuft. Ich wollte den Kraftstoff hier noch reinschmeißen. Guck mal, der ist auch wieder voll. Premium 5000. Ah, Wasser. Schickaummittel. Wir müssen schon wieder zurück. Machen wir das da rein? Läuft. Ey, wieso haben wir denn nur Kraftstoff in der Tasche? Das nimmt mal rein. Okay. Das haben wir. Läuft. So, weißt du? Schickaum, Folge wird viel zu lang, ne? Aber manchmal ist das dann auch so. Das können wir essen. Das räumen wir raus. Geben den anderen Kannekel hier noch was. Mein Freund und Kupferstecher, weißt du? Niemand auch ohne Kacke. Entschuldigung. Hier, macht halt Dreck. Läuft. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erst mal danke fürs Zukunft. ein bisschen, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.